Also echt, ich hasse, ich hasse dieses Ding. Kann die SCAR absolut nicht leiden. Ich hätte damit schon... Drei Ladehemmungen mit... ...den Magazin. Nicht bei der echten Wache. Einen in zwei Brücken auf dem Schießstand. Das Krass ist ja, das Ding heißt ja tatsächlich zwei Brücken und nicht zwei Brücken. Ja, das Ding heißt zwei Brücken. Ich könnte ja sagen, dass was Neues gibt. Ja, wenn wir ein 20 Schuss Magazin mitgenommen. Wenn von Oldschool dann richtig. Gibt's hier irgendwo Granaten? Jo. Hallo. Ah, da. Was ist hier überhaupt? Wir haben die Mörserpositionen buchen. Okay, wir müssen mal noch was. Hm. Ja, na, 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 na. War das. Nur dann. Aber was geht das? Wer ist unser Führer? Go, 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 go. Und die möchte ich jetzt in die Beine schießen? Gebt mir doch mal, grad oder... ... Go, Team, So. I'm a 0, 0, 0, 0, 4. I am a great 0! 0, 0, 4. Okay. Freshman? Zu deiner Info, ich habe eine MK-17 Scharfschützen-Variante in der Hand und im Rucksack habe ich noch eine MK-17 mit Granatwerfer für den Häuserkampf. Was sind die Leute, die das interessiert? Keine Ahnung. Hinter uns, den hast du gerade gesagt zu seinem Camp bleiben. Ja. Kontakt. Kontakt auf 80. Ja. Beide versuchen wir bislang. Drennung nehmen. Drei. Feuer halten. Oh, mein Sonnen. Erfüllte 200 Meter. Bergauf, also besser 300. Das sind 350 Meter. Oh, dann 400. Okay. Ich nehme den ersten, Mondkalb, du den zweiten, Scruffy den dritten. Neo den vierten, dann übernehme ich mit dem fünften. Okay. Warte mal, bis sie sich komplett entlösen. Ja. Da kommt noch ein sechster. Da kommt noch ein sechster. Ich glaube, das war's. Warte, ich mach mich gerade noch hinter dem Baum. Alle bereit? Jo. Nein. Bereit. Fertig werden. Feuer. Drei. Zwei. Eins. Los. Drei. Links, da läuft noch einer. Der erste ist, glaube ich, nicht durchgekommen. Der war schon sehr knapp an den Bäumen. Ja. Wer ist denn gekommen? Hm? Ah, da kommt er wieder. Läuft der hinten gerade auf der Kuppe. Also, dazwischen. Dann holen wir uns noch. Dafür läuft der aber gerade in die falsche Richtung. Wieso? Ah ja, nee. Du in die richtige. Der Rest läuft in die falsche. Da kommt nur eben welche im Tal gesehen. Weitere Infanterie auf 140. Vier Leute mindestens. Oh ja. Na, wird der durchzumacher weg. Zwei, zwei Squats. Einer ist weiter oben am Berg, einer unten. Wo ist denn jetzt dieser Typ der Abgauung? Das ist meine Fresse. Hier behaltet mal das... 140 und 120 übrigens. Ja, okay. Dann behaltet hier mal den neuen Squats im Auge. Ich schau mal nach dem Team Leader. Der ist da hinten in, äh... Nach 20 weg. Zwischen die Berge runter. Da dachte ich mir. Bin gleich wieder da. Auf Tagestand gibt's irgendeinen Ambien-Sound, der klingt, als wenn irgendein Bekloppter schreit. Hat den noch keiner von euch gehört? Das sind deine Nachbarn. Nee, dann sind wir wieder derselbe. Huah. Phizophrenie? Was machen die da oben? Tanzen die? Oh, da kommt ein... Da kommt ein... Da bin ich wieder. BTR, äh... BTR, äh... Tatsächlich, genau. Psst. Anni, wie schaust du mit Upload? Wieso wäre das unfair? 90. Wie bitte? 90. Is dead. Hast du es selbst schon installiert? Das ist wie entfüllt. Nein, das ist eine super Waffe. Ich hab'n Karl-Heinz dabei, falls wir ihn brauchen. Anni, du... Weitere Infanterie recht nahe, also auf direkt Süd von uns. Wo der BTR jetzt ist. Auf genau Ost ist auch noch ein Trupp. Ich suche derweil mal dieses Camp. Ein Mörser-Camp hab' ich lokalisiert, und zwar im Tal hinten hoch. AK setzen. Ja, bin ich grad dabei. Dein Fernglas. Hab's markiert. Ei. Der schlechtes Camp für einen Mörser. Achso, ja. Du, tut Sache. Wir können dich sogar von hier ausschalten. Ja, wir müssen das Ding sprengen. Echt? Verdammt. Du schießt halt ganz lange drauf. Cool, da hinten kommt ein Trupp auf, äh, 350. Da kommt da hinten über den Berg rüber. Mhm. Oh, fuck. Wow, wer feiert denn? Das bin ich. Mir gab ein bisschen eine Situation da. Mit Blackjack und Nutten. Äh, wer lag grad bei mir? Achtung, ich bin hinter, ich bin hinter dem BTR. Okay, BTR ist sauber. Wer lag. Monk, du warst oben auf dem Berg? Ja, ja. Nehmen wir das Skort da hinten, was da rüberkommt? Ja, ja, ja. Das aus Nord? Das aus Nord. Du von vorne, ich von hinten. Äh. Wie gesagt, ich bin hinter dem BTR, ja. Zieh dich ein bisschen zurück. Geh wieder? Ich würde mich zurückziehen ein bisschen. Ich bin bereit. Ja, der Stein gefunden. Wir haben es bemerkt oder sind irgendwie in Alarm. Feuer! Feuer! Treloading. Clear. Eine ist lange da. Jetzt ist er aber selber. so was die haben, ich könnte ein Crankless gebrauchen hm, wenn wir das andere Camp finden, können wir die eine Mörserstellung einnehmen und damit die andere zerstören oh ja wie bitte? kurz weg achso und wieder da ich bin fit Andi, ein Slot ist noch frei das ist fein hm, hm, bin doch schon hier voll in action ja nee, nee, nee ich versuche jetzt immer die Karten von denen aufzunehmen, wenn die welche haben sondern nur aufgrund von unlauterem Wettbewerb, die haben gepunterte Fahrzeuge gegen mich eingesetzt nein ja, gib mal sieht aus zu 130 nicht verstanden und, ich kann mich gucken, ob ich das zweite Camp finde nein ach, da hinten in der Kuhle da ist, weil der was? so, ich habe einen Trupp aus Süden, ja 500 Meter ach, da jo gut naja soll man sie fertig machen? naja, ich kümmere mich zu ich bin gerade nicht bereit dafür ah, ich habe das andere Camp und, klar, das andere Camp ist, glaube ich, genau hinter der Bergkuppel ja gut nehmen wir das, Drake ja, wenn du hier hochkommst eigentlich sind da auch zwei Truppen steinern steinernberg, irgendwo steinernberg, irgendwo der hat ein Glück gehabt ein bisschen links davon ist das Camp bei den nächsten Bäumen links rum ähm ja, jetzt auf 12 Uhr ja oh was war denn das? hast du den einen, der nach hinten weg ist? ja nein, da ist noch einer zwei ist tot leid, wir haben die Schnauze voll hier hab ihn ja, ja habe ich gerade angelegt so, akquirieren und immer serieren äh, soll ich, äh, Zivilstedt hier rum gucken? ja, okay, du hast ja das Fernglas ja, außerdem kann ich dann hier noch ein bisschen abwehren ah, da ist unser Freund den wir vorhin übersehen haben ja hab ihn ich hab keinen Fernglas ich hab das, äh, ich hab das Visier ja, okay wenn er äh genau Nord Nord-Nord-Östlich okay, ich versuch ich hab acht Tschüss warte, ich mach das mal ein wenig genauer ich bin mir nicht genau sicher ich hab mal zwei gesetzt in einem von beiden ich bin für den südlicheren okay, ich bleibe ein Tschüss ich wollte halt eine schöne Aussicht, ne? wie lange? 20 Sekunden ich hab ja nicht damit gerechnet, dass die hier so nah kommen 10 mal so was, ich bin schon viermal gestorben okay, viel zu weit nördlich gut, 50 Meter weiter südlich aber die ich sag mal Ost-West-Ausrichtung war super also ein Abstand Abstand von der Straße ich bin ruhig bleib' ich bin nur zum Vorschein auf auf welchen, auf welchen war der jetzt? auf den nördlichen naja genau, dann ist es der südliche toll, ich war ja grad noch nördlicher kommt ein zweiter Schuss auf den südlicheren den Sekunden kommt der Schuss daneben oh genau das klingt immer toll, das macht den mich so wursch mhm ok position oh genau achso, ne ich mein der fein ja ok, das war das war falsche Richtung ich hab doch gesagt das war der erste Schuss der nördlich gegen als du dich dann korrigiert hast du achso der zweite, der jetzt gerade kam ja der hat ja das brennt alles das war genau in die Mitte rein ein paar liegen noch da da wo du äh, da wo du hier gerade hingeschossen hast wo der eben gerade reinkam nochmal 5 Meter oder 10 Meter weiter nördlich Feuer he's down eh und den den hab ich gebügelt den hab ich gebügelt nope gleich joh jo beide Mörser sind gerade beide Schützen sind gestorben fuck ist nachladen ja, destroy mortars die ersten sind kaputt nur noch die anderen sind das Hatshills sind das Hatshills drin? ich schau grad ne aber ich hab ja ein Karl-Heinz dabei reicht das für beide? hm ich seh können wir die nicht einfach abbauen? ja, können wir return to base dann lass die einfach abbauen und gucken ob das reicht so sind abgebaut ok das reicht nicht wir können sie direkt nebeneinander wieder aufbauen ja sind es denn immer noch dieselben? denke ok gibt's noch ordentlich Handgranaten das sollte reichen ok ah und ich hab auch noch meinen Granatwerfer dabei hm war hier nur ein Mörser oder waren hier zwei? da waren zwei got him ich hab zwei Karl-Heinz-Raketen die dafür nutzen wollen jo schaden kanns nicht wo ist der zweite? oh weiß ich nicht ich hab keinen abgebaut oh der ist hier noch abgebaut noch mal weiter weg noch mal weiter weg und dann aber ein schlechte Auflösung aber ein schlechter Auflösung Oh, dahinter kommt wer Oh, das war's Los, komm, da kommt ein Trupp Jo, ich weiß nicht, wie viele passen hier rein Was halt ich für ne schlechte Idee Ich bin hoch Oh, ich... Hat der grad auf mich gefeuert? Ich glaube Ah, da seid ihr Ah, sehr schön, ich könnte nen Sanitäter gebrauchen Mal nett Bin drin Bin Einfach hier hoch Dann ist der Upload fertig Hm... Ja, jetzt Warte, ne, Moment Moment mal, irgendwas stimmt da nicht Ach boah, okay Wo treibst du mich rum? Rechts! Ist fertig All Board Set, Freshman Vehicle Ich bin jetzt erstmal ne Weile unterwegs Ich bin jetzt erstmal ne Weile unterwegs Und das heißt? Das Ding färbt sich hervorragend Das Ding färbt sich hervorragend Ich... Ich feiere nur mit chinesischen Böllern Die sehen so aus wie amerikanische Handkarate Haben genau dieselbe Sprengkraft Aber es ist viel unzuverlässiger Ich... 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 So, wir sind alle hier. Haben wir jetzt gewonnen? Nehmen wir es an. Wie wohl, everybody else sucks. Uh, ja. Wir haben keinen Mission End. Sehen wir das als gewonnen an, oder? Kann man eigentlich durchs Tarnetz durchwerfen? Ja. Geht das? Kann man? Ne, kann man nicht. Hahaha. Haha. Hast sogar die Bank umgekippt. Hahaha. Nein, es ist nur das Brett runtergefallen, so wie es aussieht. Bafi, während die Mission... Und die drei Geraden. Oh, wie lange war ich keine Krähe mehr. Unfassbar. Runter. Das war auch cooler, als man in den UFP immer das Möwengeräusch machen konnte.